Gessenk, ich bin Dieter Otto Weger, Eigentümer von der Firma Untal in Aiont. Wir sind im Schwibot-Bereich tätig, sind Familienbetrieb. Ich kategiere für die Freiheitliche Marien, unterstütze deswegen. Ich bin Otto Waldner als Bürgermeisterkandidat. Ich setze mich ein für die Anliegen und Interessen der Handwerker, Kaufleute und Geschäftsleute, deren Familien. Und ich bin der Meinung, wir brauchen wieder Luft zu notmen. Sie müssen uns wieder arbeiten lassen und auch unterstützen. Es geht um ein paar Mal ran, um Interessen ran, Pitching geht's wellen.